Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video spiele ich Gun Game und gleichzeitig auch noch FFA Hardcore oder, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, für was FFA steht, aber ich nenne es jetzt einfach mal FFA Hardcore. Äh, manche Leute nennen das auch nur F... Ne, Quatsch. Äh, ne, genau, wahrscheinlich. Ne, manche Leute nennen das auch nur Hardcore, aber ja. Ich wollte ja in jedem Video das, also jeden Spiel, also genau, ich wollte ja jeden Spielmodus einmal spielen und Gun Game und Hardcore ist jetzt halt nicht das Spannendste der Welt. Ähm, deshalb dachte ich, ich mache das zusammen und spiele einfach ganz, ganz lockerflockig mal, ja, ein bisschen Gun Game so. Und nachher halt auch das andere da, weil ich habe jetzt auch nicht unendlich Zeit aufzunehmen, weil ich nur mit dem Handy, also die Autoröbe das Handy aufnehmen kann und da habe ich nicht so viel Speicher. Weil ich, ähm, um mein Headset mit dem PC zu verbinden, da brauche ich ein Kabel und dieses Kabel hat mein Guder mitgenommen, der jetzt aber weg ist für eine Woche und da kann ich ja nicht so viel aufnehmen. Deshalb ist es natürlich auch gerade praktisch, dass ich jetzt nur Gun Game und so aufnehme, ja. Ich bin eigentlich schlechten Gang Game, mein, kann man, ja, Level Rekord kann man da sehen auf der Seite. 13 Level, also Level 13, ne, ist mein Level Rekord. Ich habe vielleicht, ich weiß nicht, ob das viel ist, 500, aber ich habe vielleicht ein Park, ich habe, ich habe kein Game vielleicht manchmal gespielt. Und, oh nice, 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 ja, ein Kill, super, das hat sich gelohnt. Ich habe halt Gun Game vielleicht oft gespielt, wenn mir zum Beispiel mal langweilig war, aber halt dann auch ein paar Kills gemacht, aber halt, bin halt nicht unbedingt ein Level hochgekommen und ich habe schon wieder jemanden getötet. Ich bin jetzt in die BAC-Lobby gegangen, ist, glaube ich, eine sehr dumme Idee, weil hier sind nur so Pros, ne. Obwohl ich sagen muss, die hier, die sich hier befinden, sind alle komplett lost, ne. Also, was ist los? Ich kann die easy runterkicken hier, diese Leder-Typen, also die sind nicht so die laussten. Naja, ich werde mal versuchen, ich werde, ich werde eh, ich habe jetzt eh keine Lust, irgendwas Krasses hinzukriegen, also irgendein hohes Level zu bekommen, einfach ein bisschen Spaß haben, ne. Ja, ich bin auch komplett scheiße, aber ich habe ein Kill gemacht gerade. Ähm, wir können ja sagen, ich will 600 Kills haben bis heute oder ist das zu viel verlangt? Ich glaube, es ist zu viel verlangt. Sagen wir mal, 550 Kills. Ach, ich dachte gerade, diese, äh, Digga, was machen die? Dieser Holz-Typ hätte schon Rüstung, weil das Holz hat die Nuss ausgesehen. Naja, keine Ahnung. Äh, ich versuche einfach 500, äh, 550 Kills zu, äh, zu schaffen heute. Ach, komm, ich gehe jetzt mal in ein richtiges Ding rein, in ein, äh, wo nicht Ding ist, wie heißt das, wo nicht BRC ist, so. Hier sind wenige Leute drin, habe ich aber, ich mag es eher, wenn wenige Leute drin sind, als wenn, äh, war da so, was wäre da, es hat sich so angefühlt, das wäre so eine unsichtbare Wand. Aber, naja, ich mag es mehr, wenn, wenn wenig Leute drin sind, als wenn es überfüllt ist. Mann, warum killst du mich? Das ist, ach, das mag ich nicht. Oh mein Gott, ich wäre fast in das Ding, in das Kopf reingegangen. Ich will, komm, ich will jetzt ein paar Kills noch machen. Ich will ein bisschen, noch ein bisschen Spannung haben. Das war Spannung, auf jeden Fall. Okay, ich kriege den nicht mal gehittet, ne? Komm, das ist jetzt mein, ja, wahrscheinlich, würde ich gerade sagen, das ist mein Kill, aber, nein, nicht. Ja, danke für den Boost ins Wasser, nicht. Komm, jetzt, ich staub's ab, wenn alle bei mir schon abstauben. Oh, nice, 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 ich habe abgestaubt sogar. Oh mein Gott. Es war doch, es gab doch mal so ein Update, dass man nicht, äh, ach, egal, dass man, wenn man jemand hittet, oder jemand killt, dass man dann sich nicht direkt retten kann in den Spawn-Bereich. Sondern, dass man dann halt den Kill nicht kriegt, aber, ach, keine Ahnung. Ich glaube, 550 Kills war ein bisschen zu viel erwartet, weil ich habe jetzt zwei Kills gemacht, seit ich das gesagt habe. Äh, äh, ja gut, ähm. Oh mein Gott, Dummheit. Ja, wahrscheinlich bin ich doch dümmer, ne? Wahrscheinlich bin ich doch dümmer. Ja, nice, wenn schon jetzt noch ein Kill gemacht. Ja, komm. Nimm doch Schaden. Bin ich, ich bin Level, ich bin Level 2, ich glaube, das erste Mal heute, ne? Nice, Level 3 sogar. Komm, Level 5, schaffe ich es bis Level 5? Entweder 5 hat 50 Kills oder bis Level 5. Okay, nee, das ist zu viel erwartet. Okay, die sneakt mich die ganze Zeit an. Na, na, ach, jetzt kommt dieser Abstauber. Das ist doch nicht wahr, das ist nicht wahr. Ich bin aber Level 2, wow. Okay, wieder Level 3, wieder Level 3. Der, ja, der tötet mich jetzt safe. Ich den kenne. Ja, nice. Okay, er hat mich doch nicht getötet. Jetzt läuft es auch ein bisschen besser mit dem Kills, weil ich jetzt einen guten Ort habe. Nein, wenn der... Wieso killt mich ein Holdtry-Typ? Wieso? Warum? Der Holdtry-Typ kommt, ich kill den jetzt. Digga, der hat doch Hex an. Der hat doch Hex an, wahrscheinlich. Der hat safe Hex an, das ist doch nicht legit. Ach, jetzt hat... Oh, ja, wahrscheinlich hat er jetzt schon so gute Rüstung. Komm. Also, ich glaube, das mit 5 oder 50 Kills wäre es dann auch. Aber es ist keine Lust, noch viel mehr zu machen. Übrigens kann man seine Axt droppen und die kriegt man nicht wieder. Richtig dumm, richtig. Ja, super. Ich kann nicht mal aufsammeln. Naja. Äh, ist egal. Ist nicht so wichtig. Bei Level 0. Komm. Ich will einen Kill haben. Ein Kill, zwei Kills, drei Kills. Oh, den, den, kommt der jetzt, kommt der. Nice, 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 nice. Oh, oh, oh. Oha, ich bin ganz schnell auf Level 0. Freigegangen. Komm. Ach nee, ah, Mann. Komm, jetzt noch. One Kill. Komm. Ja, okay, das war es dann mit Gun Game. Äh, natürlich noch nicht mit dem Video, aber es ist halt, es ist nicht spannend. Ich habe jetzt nicht viel hingekriegt. Ich glaube, das Video geht schon, sogar, schon recht lange. Ähm, weil... Ähm... Ja. Äh, kurzes... Rain... Das, ne, warte mal, das Video geht schon recht lange. Ja, das Video geht schon recht lange, weil ich noch, äh, weil ich jetzt halt bei Gun Game denke ich nicht so viel rausschneide, weil da immer was passiert und, ja. Äh, auf jeden Fall, jetzt kommt mal Hardcore oder FFH, was heißt denn FFH genau? Ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall, ich gehe wieder in das BRC-Ding rein. Schlimmste Idee der Welt. Komm, ich schnecke jetzt weg, wahrscheinlich. Nein, das ist jetzt Mean-Kill. Hey, nee, das geht doch nicht. Nee, ach nee, ach, schade. So, ich bin halt in PvP richtig scheiße, ne. Okay, aber den... Ja, okay, der schlägt mich ja auch 0, ne. Hä, der kippt, aber schlägt er mich drauf? Okay, war der das? Ja, der war das. Hä, Digga, ja komm, ich will einfach einen Kill haben. Ich hab hier, ich hab jetzt sechs Kills, kann auch gar nicht sein. Digga, wie viel hält denn der aus, ne? Ja, wahrscheinlich... Ich kill den nicht mal, wenn er mich nicht mal schlägt. Ich bin so schlecht, oder was? Das hat er einen Gap genommen und jetzt... Hä, was machen der? Und jetzt greift mich natürlich beide an, nicht Lieve, nee, weil man nicht disconnect. So. Ja, gut, warum gehe ich auch in das BRC-Ding rein, ne? Das ist ja auch dumm. Ich gehe, ich gehe, glaube ich, irgendwo rein, wo viele Leute sind, weil hier ist es, glaube ich, besser. Also, da kann man wegsnecken. Aber hier hat jeder die gleichen Chancen. Ja, du musst es nicht hier teamen. Ach, ich check den Spielmodus nicht. Wie kann man daran Spaß haben, an diesem Spielmodus? Ich finde das so kacke. Und ich weiß auch nicht, eigentlich fight man ja mit einem, oder? Das war mein... Äh, anfangs... Typ, den ich killmodus eigentlich. Aber gut, ich glaube, ich verstehe. Ich habe hier, glaube ich, schon öfter, also nicht öfter, aber manchmal gespielt. Ähm, und halt... Warum kann der weiter hitten? Ich check das auch nicht. Ich... Der hittet mich, aber ich kann den nicht hitten. Wie funktioniert das? Ähm, naja, auch hier ist er wieder. Ist das dasselbe wieder? Naja, ich habe auf jeden Fall schon... Vielleicht öfters das gespielt, aber ich glaube, wir haben irgendwie einen Kill gemacht, oder? Komm, mein Ziel ist jetzt, einen Kill zu machen. Wenn schon, einen Kill. Ach, Digga, ich wollte dich ja nicht, gar nicht, oder? Aber... Bitte nicht gäben. Ja, warum gäbst du jetzt? Komm. Und wehe, jemand stört uns jetzt. Ja, komm, das ist ja nicht lustig so. Aber ich glaube, so machen wir es richtig. Wir, ähm... Wir holen uns nur eine Person, ne? Also, wir fighten nur mit jemandem. Komm, bitte gäbe nicht. Bitte gäbe nicht. Don't gäbe... Nein, 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 nein. Hätte ich gehabt, wie viel hätten der aus? Also, wie viel gäbe es? Also, ja, er hat zehn gäbe es, wie ich auch. Ja, er kämpft einfach unendlich, ne? Digga, ich schlage ihn, ich hätte ihn die ganze Zeit. Ja, Digga, das ist so ein Verarsch. Ich hätte ihn schon lange gekriegt. Ja, okay, er hat halt... Er macht halt, wie man es richtig macht. Komm, ich will jetzt noch ein... Ich hab gesagt... Ja, wahrscheinlich geht er mich jetzt, ne? Komm, ich hab gesagt, ich will ein Kill noch haben. Ja, endlich ein Kill, oh mein Gott. So. Komm, ich will noch irgendwo rein, wo wenig Leute sind. Und danach ist das Video zu Ende, weil ich glaub, das geht schon sehr lange, weil ich nicht so viel raus kann. So, hier können wir schon wieder richtig nur einen Gegner haben. Digga, du gäbst jetzt schon? Okay, dann mach ich das auch. Nee, warum mischt sich jemand ein? Das hasse ich. Ich mach's so auch, aber... Nee, wir fighten jetzt. Wir sind am fighten jetzt. Wir... Es kann... Wir können es uns... Wir wollen jetzt nicht, dass sich jemand einmischt. Ja, das nicht. Okay, der schaut uns zu. Okay, aber er hat auf jeden Fall weniger... Gaps. Boah, ich find's nice, wenn es so ein Kid, wie hier, bei FFH Hardcore... Wenn es das auch... Also, wenn es so ein Kid... Bei Kid 1, wo ich es eins gebe. Ja, komm, nein. Komm, ich will den noch kriegen. Äh, ich muss gappen. Gappen. Okay, er hat mehr. Wenn er mich jetzt kriegt, komm. Das ist unfair. Du hast mehr gegappt. Eigentlich muss ich dich kriegen. Nein, du gehst jetzt meinen Kid nicht holen. Du gehst... Der andere, meine ich, ne? Ja, komm. Willst du nur... Kennst du ein anderes Wort als Goldapfel? Kennst du noch ein anderes Wort als Goldapfel? Ja, ich hätt's ja auch gemacht, wenn ich low wäre, aber... Ja, nice, ein Kill endlich. So, das war's dann vom Video. Ich kann mir vorstellen, dass es ein längeres Video wurde, weil... Ich sage immer, ich sage oft, das wurde wahrscheinlich ein kürzeres Video. Dabei wurde es dann ziemlich lange. Ähm, ja, weil hier kann ich halt... Also, ich kann hier schon viel rausschneiden, aber hier passiert immer viel, in Anführungsstrichen, Spannendes. Es ist zwar nicht so spannend, wenn ich nur auf Leute drauf schlage, aber... Ja, es passiert halt die ganze Zeit was und nicht nur manchmal. Aber deshalb, ja, wird es dann wahrscheinlich vielleicht etwas längeres Video. Vielleicht kann ich auch viel raus. Ihr seht ihr dann, aber wenn es jetzt wirklich lange wurde, dann... Keine Ahnung. Ich finde es auch nicht so richtig nice, um das aufzunehmen. Also, gar ein Game und FFH Hardcore oder Hardcore einfach nur. Ähm... Weil halt... Weil halt, dass es nicht so die spannenden Spielmodus gibt, wo viel los ist. Also, es sind... Aber naja, wir sehen sie dann. Äh, das war es dann wirklich vom Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann... Schaut weitere Videos. Äh, ja. Dann, was ist ansonsten und tschüss! Bis zum nächsten Mal.